Musik Yo, Stevie Young, Stevie Ray Young, Sinapius. Hey, Ottenborn, was ist es, was da so wächst, dass so viele Jugendliche Blues spielen? Klar, er ist ein Stammgast an der Blues-Session, spielt nämlich auch tierisch lachzeug. Wie alt bist du, Jan? Er ist elf Jahre alt. Leute, elf Jahre alt und jetzt spielt er irgendwas, also das ist echt ein Knaller, weil ich habe Stevie Ray live gesehen 1983 und du spielst genau die Version und das finde ich der Hammer. Also aufgepasst, einen riesen Applaus, unterstützt von meiner Band Helmut Beilermass, guter Wiedemann beim Schachzeug, Jan, Stevie Ray. Musik 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 Mann, ich möchte wissen, dass da ohne dich bei euch da so wächst, in den Wolken, oder liebt sich gutem Wasser? Mr. Steady Ray, Lanzi Napius, elf Jahre alt, unfassbar. Ich hoffe, du kennst dich, wenn du noch mal mit 20 bist. Applaus